Maria hat einen Brief bekommen. Eine Einladung zum Mammographie-Screening. Die bekommt jede Frau zwischen 50 und 69 alle zwei Jahre zugeschickt. Die Untersuchung soll Brustkrebs frühzeitig erkennen, liest Maria. Bevor sich Maria entscheidet, ob sie die Vorsorgeuntersuchung machen lässt, möchte sie wissen, wie die Untersuchung genau abläuft und welche Vor- und Nachteile sie hat. Die Mammographie findet nicht bei Marias Frauenärztin statt, sondern in einem darauf spezialisierten Zentrum in ihrer Nähe. Die Ärzte dort sind extra für die Untersuchung geschult worden. Die Mammographie ist eine Röntgenuntersuchung. Eine besondere Vorbereitung braucht es nicht. Maria hat aber heute mal auf Deo und Cremes im Achsel- und Brustbereich verzichtet, denn die können auf dem Röntgenbild einen störenden Schleier hinterlassen. Die Röntgenaufnahmen macht normalerweise nicht der Arzt, sondern eine Röntgenfachkraft. Jede Brust wird dabei von zwei Seiten durchleuchtet. Einmal von oben nach unten und einmal seitlich. Los geht's mit der Untersuchung. Marias Brust wird zwischen zwei Plexiglasscheiben flach gepresst. Da heißt es Zähne zusammenbeißen. Geht's noch ein Stück, lautet die Frage der Röntgenfachkraft. Denn je dünner die durchleuchtete Gewebeschicht, umso besser kann die Aufnahme hinterher ausgewertet werden. Richtig weh tut das nicht, aber viele empfinden das Quetschen der Brust als unangenehm. Dann ist Maria auch schon fertig. Jetzt heißt es warten. In der Zwischenzeit werden Marias Röntgenaufnahmen von mindestens zwei verschiedenen Fachärzten ausgewertet. Sie schauen sich die Bilder Millimeter für Millimeter an. Dabei können sie sehr kleine, noch nicht tastbare Tumoren entdecken. Besonders gut sichtbar ist auch sogenannter Mikrotalg. Er kann erstes Anzeichen für eine bestimmte Form des Brustkrebs sein. Wenn nichts entdeckt wird, ist es aber immer noch keine Garantie, dass kein Brustkrebs vorliegt. In 25 bis 30 Prozent der Fälle sind die Tumoren so versteckt, dass sie übersehen werden. Nach spätestens sieben Werktagen bekommt Maria das Ergebnis zugeschickt. Glück gehabt. Wie bei den meisten Frauen wurde bei Maria kein Tumor oder ein Hinweis darauf entdeckt. Jetzt kann sich Maria wieder entspannen, denn ein bisschen aufgeregt war sie wegen des Untersuchungsergebnisses schon. Wenn die Ärzte den Verdacht haben, dass Brustkrebs vorliegt, wird man zu weiteren Untersuchungen eingeladen. Das kann eine weitere Mammografie oder eine Ultraschalluntersuchung sein. Wenn sich der Verdacht auf Brustkrebs erhärtet, wird meistens eine kleine Gewebeprobe entnommen. Mit dem Brustkrebs-Screening können Tumoren in der Brust früher erkannt werden. Dadurch kann ein kleiner Teil der Frauen vor dem Tod durch Brustkrebs bewahrt werden. Trotzdem hat die Untersuchung auch Nachteile. Der größte ist wahrscheinlich, dass Tumoren gefunden und behandelt werden, die vielleicht nie gesundheitliche Probleme bereitet hätten. Das nennt man dann Überdiagnose. Die Mehrzahl der Fachleute geht aber davon aus, dass die Vorteile der Mammografie die Nachteile überwiegen.